Hallo und herzlich willkommen zurück und wir machen hier die Mission 54 und wir dürfen hier gegen einen schönen großen Kaktus kämpfen, hierbei ja ho und hier ist leider kein Präventivschlag möglich, da wir hier wieder durch eine Videosequenz geleitet werden, bevor der Kampf beginnt und wir nutzen hier aber trotzdem noch Subside, wir nehmen hier den Vitalisator und den Protektor und das würde ich hier auch empfehlen, man kann es natürlich auch ohne schaffen, aber ich würde es trotzdem mal empfehlen, weil es einfach dann einfacher ist und es dann nicht ganz so abartig sein kann, denn hier ist dann die Erfolgsrate eigentlich fast 100%ig, wir haben hier jetzt zwei Brescher, das haben wir hier Snow und Fang und dann haben wir hier Lightning as Argumentor eben, die kurz hier erzeugt raufkraft, sobald wir das haben, wechseln wir hier auf Kerberos, dreimal Brescher und greifen dann im Prinzip noch nach oben, und unterbrochen an und somit ist das hier dann auch ganz einfach geregelt und sollte deswegen hier dann auch kein Problem darstellen und schon haben wir hier die 5 Sterne erreicht und ich bedanke mich wieder und ich hoffe ich konnte euch hiermit weiterhelfen.